Frohe Weihnachten! Heute ist der 24.12. und ich habe heute ein Geschenk für euch. Und das ist keine Verlosung, sondern das kann wirklich jeder von euch haben. Und zwar hatte ich die große Ehre, aus diesem Buch ein Hörbuch zu machen. Das ist Amelie wollte singen von Carla Grün. Das ist ihre diesjährige Weihnachtsgeschichte. Das Buch durfte ich auch schon an euch verlosen und ich durfte es vertonen. Ich durfte daraus ein Hörbuch machen und das darf ich jetzt an alle von euch kostenlos rausgeben. Das ist mein diesjähriges Weihnachtsgeschenk an euch. Ihr findet den Link zum Download unten in der Infobox. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören, wie ihr es denn gefunden habt. Und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle nur noch frohe Weihnachten. Genießt die besinnliche Zeit mit eurer Familie, mit euren Kindern. Und wir sehen uns dann vor Silvester auf jeden Fall nochmal wieder. Bis dann und frohe Weihnachten!